Hallo? Hallo? Was ist hier los? Hallo? E? E? So. So, okay. Dann wollen wir mal sehen, ob ich das hinbekomme hier. Haa. Oh, verdammte Axt. Schon verkackt. Wie schlecht ich doch bin. Ich hatte gedacht, ich müsste immer eine Straße langfahren, aber gut. Dann eben nicht. Das kann ich ja eigentlich ganz gut. Boah. Alter Vater. Huuu. Huuu. Faa. So. Probein nur noch mal 30 Sekunden. Ich glaube, ich habe das ordentlich verkackt. Oho. Huuu. Oh, doch nicht. Quietsch. Standen nicht gerade noch zwei hier? Mein Freund. Hallo? Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich den einen hier umgefahren habe. Falls ja, tut es mir leid. Komm nicht wieder vor, weil du bist ja auch schon tot jetzt. So, unser nächstes Ziel war... Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach hier unten. Äh, hier. Relikte, 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 naja, die sind, glaube ich, nicht so... nicht so wichtig. Würde mich zwar auch reizen, aber wir machen vielleicht mal irgendwann. Wupp. So. Hüpp. Hop. Jawohl. Wir haben es fast geschafft. Oder auch nicht. Das ist die Dinger mal so schnell... Naja, gut, komm. Komm ich hier hoch? Hüpp. Nein. Gut, daneben nicht. Ah, da ist schon was Rotes. Heißt, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Wupp. Was war das da unten? Nicht so ein Drecksvogel, ey. So, ich sehe hier die ganze Zeit schon irgendwie einen Laserpointer von einem Scharfschützengewehr. Deshalb sollten wir den zuerst ausschalten. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Vielleicht ist es ja aber auch... Uh, die falsche Vorgehensweise. Okay, da ist... Der Alarm. Gibt es hier nur einen? Oder gibt es hier mehrere? Alter, was ist das denn für ein Camp? Das ist ja ordentlich offen, ey. Ah. Okay. Das ist ausgeschaltet. Den Rest werde ich mal versuchen, ohne Scharfschützengewehr zu lösen. Okay. Okay, das da ist kein... Alarm. Das kann ich gut verstehen. C. Oh, da drüben ist noch einer. Hoffentlich guckt der nicht rüber. Und wieder runter hier. Zack. Ich hätte ja gerne nochmal so ein... Das ist ekelhaft. Bleh. Gibt es hier irgendwo ein Tier oder sowas, was man freilassen kann? Sieht diesmal nicht so aus. Oh. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Ich wollte doch ohne Scharfschützengewehr. Ja. So. Und schon ist er wieder weg, der Schatten. Tja, meine Freunde, das nennt man multiple Möglichkeiten. Du findest mich? Du meinst wohl eher, ich finde dich. Mein Freund. Genau, durchkennt man besser das Gebiet. Ansonsten... ...seid ihr eventuell die Nächsten, die sterben. Verdammt, hier komme ich nicht rein. Das ist natürlich doof. Aber von hier aus komme ich da rein. Doch, zu mir! Mann, oh Mann. Ey, der Mann, der... ...wollte selbst nach nem Kopfschuss nicht sterben. Kein Alarm ausgelöst. Kuh. Kuh. Und nochmal Kuh. So. So. Dann werden wir mal hier eben rein und hier alles einsammeln. Zack. Ah, Moment, ich hätte erstmal nachladen sollen. Machen wir auch direkt mal. Wieder raus. Hallo. Ja, nachladen. Zack, wieder rein. Flup, flup. Sehr gut. Laptop habe ich jetzt auf die... ...auf den ersten Blick nicht gesehen. Jetzt möchte ich hier nochmal eben schauen. Zurück. Sturmgewehre. MPs Faustwaffen. Die ist ausgerüstet. Die Magnum habe ich noch. Ist die hier besser. Bestimmt nicht anpassen. Keine Aufsätze für diese. Ich verstehe immer nicht, wieso ich nicht... Ja. Schaden. Ich bleib mal bei der 19.11. Ihr könnt mir ja nochmal erzählen, ne? Woher ich denn Aufsätze für das Ganze hier bekomme. Ich glaube, das hattet ihr mir irgendwann auch schon mal drunter geschrieben. Und ich hatte gedacht, dass es durch die Missionen freigeschaltet wird. Aber ich glaube, das war Blood Dragon. Hehe. Bring ich ein bisschen was durcheinander. So. Und... Höp. Das hier noch. Und hier gibt es direkt noch eine. Da bin ich gerade schon vorbei gesprintet. Das ist gut, mein Freund. Ich habe auch Waffen. Waffeln. Ich habe richtig leckere Waffeln. Immer dabei. Medizin. Herstellen. 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 So. Pflanzen habe ich auf jeden Fall auch genug. So. Wen sollte ich? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du uns wirklich helfen willst, zieh dir an, was an den Aushangkarten hängt. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Ach da. Da müssen wir hin. Du bist der Größte, sagst du? Ich bin der Größte, weil ich jetzt nämlich mir euer Auto klaue. Wird der Chica Bambina da vorne drauf. Und rase jetzt einfach mal ganz schnell dahin, wo ich meine nächste Mission zu erledigen habe. Oh. Hopp. Hopp. Ich fürchte, ich werde gesehen. Oh, Schlafschutz ist schon wieder. Oh, da oben ist noch jemand. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja. Fuck dich. Alter Schwede, ey. Der Penner. Mann, oh Mann, ey. Der kann fressen. Das ist ja unglaublich. So. Scharfschütze gegen Scharfschütze. Ich denke, das ist okay. Okay. Okay, er ist der, den ich töten muss. Ansonsten scheint es gewesen zu sein, ne? Wurde ich doch einfach mal sagen. Wie soll ich ihn eigentlich töten? Ich hoffe mit dem Messer, ne? Aber ist eigentlich immer mit dem Messer. Oh. Dass ich immer X drücke. Nein. Boah. Das war Knob. Ist da doch noch jemand? Da sind ja doch noch ein paar Jungs. Moment. Das wäre dann ja doch ein bisschen unfair, ne? Hier, zwei gegen eins. Oh, yes, yes. Oh, yes. Eis kalt. Ich liebe es. Affengeil. So. Hier ist ein Brief. Ach, hier. Gucke mal. So. Mensch. Das lief ja mal wieder einigermaßen, würde ich sagen. Ja, das ist mein tägliches Workout. Ja, muss man einmal am Tag, muss man einfach mal so eine Brücke machen hier. Ist eigentlich recht einfach. Schön den Kopf einfach auf die Sohle legen und dann ist das alles gut. Es hält fit. Deswegen sehe ich auch noch so gut aus. Das lief ja mal wieder einigermaßen, würde ich mal wieder einigermaßen, würde ich mal wieder einigermaßen. Ich bin ein Ganja BAB, totally, habituall, socially, international, locally. Anywhere you see the herb smoke on me, I light up beside and no smoke inside so you know what me. Dr. Babylon, I oppress my freedom, but we still have blaze up like you man a nobody. I will smoke until I die and then plant a Ganja tree over me. Und Omole. Und Omole.